Unter dem Leitwort Hilfswerk für den Glauben stellt sich das Bonifatiuswerk bewusst in die Tradition seiner Gründerväter vor 170 Jahren. Denn die haben das Bonifatiuswerk als ein Missionsverein für Deutschland gegründet und zugleich richtet das Bonifatiuswerk seinen Blick in Gegenwart und Zukunft. Der Patron des Bonifatiuswerkes ist der heilige Bonifatius. Und so wie er immer wieder den Neuanfang in seinem Missionswerk tun musste und immer wieder vollziehen musste, so haben wir auch heute diese Aufgabe wahrzunehmen. So handelt auch heute das Bonifatiuswerk nach der Devise, keiner soll alleine glauben. Und das heißt ja wohl auch, niemand darf allein gelassen werden. Damit wird das Bonifatiuswerk auch heute noch zum Segen für die katholischen Christen in der Diaspora und für die Kirche in unserem Land, wo wir ja auch mehr und mehr Züge der Diaspora annehmen. Für Ihre Unterstützung möchte ich ein Wort des Dankes ausdrücken. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen allen sehr und ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bonifatiuswerk voll mit einbeziehen. Für die vielen guten Ideen, für die Einsatzkräfte und für den Aufwand an Zeit und Energie im Sinne des heiligen Bonifatius.